Liebe Freunde, in der heutigen weihnachtlichen Spezialfolge eures Lieblings-Qualitäts-Podcasts der Sprechstunde geht es unter anderem um Weihnachtsdeko, warum die Panik vor Kindern da eine Rolle spielt, um Schnee, um Kekse backen. Schnee muss ich kurz leihen, Entschuldigung. Der Weihnachtsmarathon erfordert seine Opfer. Es geht natürlich auch um Weihnachtsessen und vor allem um das Chaos beim Geschenke verpacken und warum sich Paul von all dem so gar nicht stressen lässt, der alte Grinch. Also, viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Liebenden, ihr lieben Zuhörenden. Herzlich willkommen bei ihrem Lieblings-Qualitäts-Podcast hier auf, hier Plattform einfügen. Ich bin heute hier am Start mit dem einzigartigen Paul. Ich bin einzigartig wieder. Und dem ebenfalls einzigartigen Olli. Oh, dankeschön. Ich hab mich doch da nicht so. Dankeschön. Als Maul. So, an dieser Stelle herzlich willkommen nicht nur zu eurem Lieblings-Qualitäts-Podcast, sondern zu eurer Lieblings-Qualitäts-Podcast-Sprechstunden-Weihnachts-Sonderfolge. Denn unser Themenschädel, übrigens der vom Weihnachtsmann, den haben wir uns gesnackt. Der darf ja dieses Jahr eh nicht vorbeikommen. Da haben wir uns gedacht, Mensch, Flo hat draußen im Wald gewartet. Kurz zum Nordpol und hab gesagt, Digga, deinen Korb, den brauchen wir. Und den haben wir gefüllt. Und zwar mit weihnachtlichen Themen. Ja, genau. Aber wir haben jetzt natürlich ein Problem, weil, auf den muss ich jetzt bringen, warum hat der Weihnachtsmann keine Kinder. Weil er nur einmal im Jahr durch den Schornstein kommt. Gut, bevor es noch schlimmer wird, möchte ich euch zumindest auch noch eine ganz tolle Sache präsentieren, nämlich den Sponsor unserer heutigen Folge. Heute haben wir einen unfassbar schönen Tipp für euch, nämlich Audible, dass es aktuell für 0 Euro zum Testen gibt. Und das solltet ihr unbedingt tun, denn... Ja, wir als Berliner freuen uns ganz besonders. Es geht nämlich nicht zuletzt um die fantastische Hauptstadt, um unsere Heimatstadt. Im großartigen Hörbuch Kaiserwetter in der Gosse, die Juten Sitten. Ja. So gut sind die Sitten gar nicht. Worum geht's nämlich genau, Paul? Es geht um Minna, inzwischen 62 Jahre alt. Es wird auch auf zwei Zeitebenen erzählt. Nämlich ist sie gerade im Zug im Mitte der 30er Jahre und flieht vor den Nazis. Erzählt aber in diesem Zug dem jungen Emil, nämlich ihre Geschichte von früher, wie sie sich entschieden hat, Prostituierte zu werden und warum und was da alles abgegangen ist in ihrer Zeit. In Berlin? Ja. In Berlin. Wow. Die goldenen 1920er Jahre, du. Da war aber richtig Sodom und Gomorra. Aber hallo. Und da diese Geschichte aus der Perspektive einer mittlerweile doch lebenserfahrenen Frau, ihr Aufstieg von der Prostituierten bis hin zur Bordellwirtin, alles was da passiert ist, alles was da auch abging in den 20er Jahren. Also, falls ihr mit dem Setting was anfangen könnt, was übrigens auf wahren Begebenheiten beruht tatsächlich. Und, kurzer Mini-Disclaimer, ab 18 ist. Ja, also es geht explizit zur Sache. Ja, ja. Weißt du, mit welchem Setting ich was gut anfangen kann? Mhm. Mit dem Weihnachtssetting. Uh, eine fantastische Überleitung. Vielen Dank. Vielen lieben Dank an Audible. Ganz viel Spaß euch beim Hören. Genau. Beim Hörgenuss. Und immer noch alle Infos und Links dazu sind auch in den Shownotes. So sieht's aus. Viel Spaß und jetzt rein in den Spaß. Weiter geht's mit eurem Lieblingsqualitätspodcast. Also, vielen lieben herzlichen Dank für das Sponsoring der heutigen Folge nochmal. Und wir gehen direkt rein in den Spaß. Paul greift direkt rein in den Schädel. Ich muss eine Sache noch ganz kurz erwähnen, die ich im Reddit gelesen habe. Nämlich zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Es gab einen Gedanken, der durch die Bank weg akzeptiert wurde. Wäre die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 160 statt 130, wären die Leute dafür. Ja, das habe ich auch gelesen. Interessanter Gedanke. Das ist aber totaler Schwachsinn, weil dann du so gut wie nichts tust für die Emissionswerte, nichts tust für die Unfall- oder gegen die hohen Zahlen in der Unfallstatistik. Das wurde aber mitbelegt, mitbelegen, von wegen die meisten Unfälle passieren nicht auf der Autobahn, sondern sie passieren auf der Landstraße bei diesen 80 Geschwindigkeiten und so weiter. Und so mit Statistiken und so habe ich gesehen. Weißt du, was wir jetzt belegen? Wir belegen dir ein richtig schönes Themenbrötchen auf deiner Hand, nämlich indem du diesen Themenschädel greifst. Okay, wir würden... Gut, Oli wollte das Thema wirklich nur noch mal kurz aufgreifen, ohne eine Diskussion. Ja, genau. Das ist ja Weihnachten, Freunde. Ja, genau. Deswegen kommen wir auch zu unseren Weihnachtsszenien. Ich wollte nur kurz das Reddit einstreuen, damit die Leute sich nicht so einsam fühlen. Okay, ich habe Weihnachtsessen als erstes. Oh, okay. Dann würde ich direkt mal fragen, was gibt es denn dieses Jahr bei euch zum Essen? Wenn wir bei meinen Eltern sind, gibt es Fondue Bourgenoise. Was heißt das? Fett-Fondue. Ja, in Öl und in Brühe, glaube ich. Die zwei Varianten gibt es. In einem Topf. Katastrophe vorprogrammiert. So, das Fett ist heiß. Ich kippe dann jetzt die Brühe rein. Ah! Die andere Form. Jedes Jahr. Das ist eine super gute Idee, ja. Oder auch einfach wirklich so siedend heißes Fett einfach in Kalte. Machen wir die Brühe gleich mit warm. Alle tot. Freunde, ganz schlechte Idee an der Stelle. Disclaimer. Die Stunts were performed by professionals. Bitte nicht nachmachen. Ganz gefährlich. Gibt es dieses Jahr, ja. Ansonsten, bei meinen Schwiegereltern gibt es normalerweise ganz traditionell am ersten Tag oder am ersten Weihnachtsfeiertag oder am 24. Kommt drauf an, wo wir sind, ne. Ähm. Da gibt es dann immer, ja, das Kartoffelsalat-Würstchen-Ding wird da abgefeuert. Oh! Ich habe auf den Träger gewartet. Ich habe drauf gewartet. Ja, dann gibt es auch noch eine Platte mit Käse und eine Platte mit Fleisch und dann gibt es noch eine Platte mit Fisch auch dazu, die sie immer aus demselben Restaurant dann bestellen und abholen und so. Und das kommt dann da noch mit dazu, wie so ein Mini-Catering. Ähm. Und dann gibt es Grünkohl noch mit dazu und so, aber an dem 24., wenn wir dann da sein sollten oder bisher, wo wir immer da waren, gab es halt auch immer warme oder kalte Bocci mit Kartoffelsalat. Ich muss ja, jetzt will ich ganz kurz nur einstreuen, weil, ähm, das gab es bei mir früher in der Familie nicht. Ich habe das erst durch andere Familien kennengelernt und ich habe immer krasses Mitleid mit den Leuten, weil ich mir denke, es gibt, also für mich ist das jedenfalls so. Deswegen werde ich da sehr empathisch, denke ich mir immer so, Gott, du arme Sau. Es gibt für mich nichts Unbefriedigerendes, als zu Weihnachten Kartoffelsalat mit Wurst zu kriegen. Ja, ich habe ja gerade, ähm, gesagt, das ist noch andere Sachen. Und die guten, die geilen Sachen gibt es wirklich dann erst ab dem ersten Weihnachtsfeiertag. Bei mir war es früher immer so, bei meinen Eltern jedenfalls, gab es an allen drei Tagen gab es halt irgendwie Ente, Rot, Krück, Klöße, Soße, Gib ihm. Volles Programm. Jeden Advent, Weihnachten voll, Programm durch, zwischen den Feiertagen gern auch nochmal. Ja, wir müssen mal gucken, wie das dieses Jahr wird, weil, wie gesagt, sonst für den ersten Weihnachtsfeiertag war dann meist mein Schwager verantwortlich und da gab es dann halt, ähm, da gab es dann halt Ente. Der Grillmeister? Ja, genau. Oh, da würde ich ja auch mal gerne zu Weihnachten Mäuschen spielen. Das hat sich ganz, das hat sich bis jetzt ja immer gelohnt. Ja, glaube ich. Bei Markus gab es dann wirklich immer Ente und meistens gab es dann noch was, was über die Nacht vorher schon angefangen hat, irgendwie im Smoker oder irgendwie so im Schorn-Gar-Verfahren vor sich hin zu, vor sich hin zu brutzeln und so. Also, ja. Oh, nice. Das ist schon sehr lecker. Paul, wie ist es bei dir? Bei uns wahrscheinlich eine Ganz, eine ganze Ganz. Ja, mache ich dann auch gerne. Eine ganze Ganz. Ja. Ganz ist auch nicht so einfach, ne? Ne, das ist auch der, also wir haben uns tatsächlich auch lange darüber unterhalten, gerade dieses Jahr wegen dem ganzen Stress und ewig in der Küche stehen und bla, bla, und da man dieses Jahr ja nicht Weihnachten feiert, wie man es normalerweise feiert. hat und sind halt eigentlich zu dem Entschluss gekommen, du, Ente oder Hühnchen tut's doch eigentlich auch. Ja. Ja, also ist natürlich doch ein Unterschied, aber gerade unter den aktuellen Bedingungen tut's doch auch und anscheinend wurde sich trotzdem für eine Ganz entschieden. Also ich weiß nur, meine Mutter hat mir geschrieben, ganz bestellt. Ja. So. Okay. Und ich denke mir, okay. Wir haben es einmal übrigens gemacht, dass wir zu Weihnachten, also Anne und ich, haben dieses Game of Thrones Hähnchen gemacht, was wir auch schon Copy Taste gemacht haben mit den Zwiebeln und allem. Und ich schwör dir, das ist einfach geiler als Ente und Gans und so, ist wirklich dieses geile, honigbestrichene Cranberry-Hähnchen mit diesen Zwiebeln dazu. Boah. Bei uns gibt's am 24. wird gegrillt draußen, weil die gesamte Weihnachtsfeier, also wir treffen uns mit Annes Eltern und machen das komplett draußen. Und bei meinen Eltern gibt's einen heißen Stein. Habt ihr, wenn ihr das draußen macht, noch einen besonders umweltverträglichen Heizpilz dazu? Die haben, die haben überdacht einen Carport und so und der ist dann easy zu heizen. Also das, wir machen aber auch mit Glühwein und dick anziehen. Wir haben uns so gedacht, ist es halt einfach. Klar, wir treffen uns nur mit einer Partei, aber wir wollen es trotzdem einfach doppelt sicher machen. Deswegen draußen und dann Gummi geben. Schön an der Feuertonne. Ja, aber das ist auch so. Ansonsten traditionell ist es halt bei uns, kann ich jetzt auch zurückgehen nochmal, um es jetzt mal weg von dem Corona-Gedöns zu nehmen, war es eigentlich immer so, dass Nadines Eltern, meine Eltern und wir zusammen an die Ostsee fahren und da gemütlich ein paar Tage verbringen. Und dann auch gerade der Stiefvater von Nadine ist ja Chefkoch von der Landesvertretung. Oh ja, schön. Der kann das sehr gut und mein Stiefvater, die setzen sich eigentlich immer zusammen in die Küche und machen dann alles so und meine Mutter Nadine und ihre Mutter und ich, wir schmücken. Alles klar. Und dann gibt es das halt über mehrere Gänge, also da passieren dann auch mehrere Gänge und davon kannst du dann wirklich auch die nächsten zwei, drei Tage entspannt essen. Neiß. Das ist schön. Wenn man zu Hause Weihnachtsessen hat und Leute zu sich zu Gast hat, ihr kennt das ja, das ist ja immer ziemlicher Stress. Ja. Was war für euch das Stressigste, was ihr da mal hattet zu Weihnachten? Ist euch mal irgendwas furchtbar in die Hose gegangen? Oder irgendwas, was euch richtig Kopfschmerz gemacht hat? Ne. Gar nicht? Ne. Also, ne. Ne, es gab ein Weihnachten, was unheimlich unschön war, weil da gab es einen Todesfall in der Familie bei meiner Frau. Oh. Aber, also am 24. Ei. Aber prinzipiell. Auf der, also an Weihnachten war die Person vor Ort oder lag die schon im Krankenhaus? Ey, du musst ja mal fragen, weil es... Ne, ne, lag im Krankenhaus. Keiner Krankenhaus, okay. Ähm, aber... Manchmal Familienstreitigkeiten zu Weihnachten, wer weiß. Kein Ausufern. Kein Ausufern. Ne, aber jetzt, was so die reinen Vorbereitungs- und, äh, vor Ort Situationen angeht, war da jetzt nie irgendwas bei, was so richtig in die Hose gegangen ist. Ich hab einmal, ähm, Servettenknödel gemacht. Und zwar so, wie man sie tatsächlich macht. Schön im Handtuch eingeschlagen, zu gebunden, in heißes Wasser einhängen und so. Da hat mir richtig Kopfschmerzen bereitet. Das ist nicht so einfach auch. So, du meinst jetzt der Stress einfach vorneweg. Ja, ne, da hatte ich mich ein bisschen mit der Zeit verkalkuliert und, äh, das hat mich ein bisschen Weihnachten nicht stressen. Heeres zu Weihnachten oder um die Weihnachtszeit ein paar Tage vorher in einem Restaurant gegessen, was ich nicht vergessen werde, weil das wirklich geil war. Äh, das war ein Weihnachtsflammkuchen. Uh, geil. Da war dann halt so karamellisierte, ganz dünne karamellisierte Birnenscheiben drauf. Ein bisschen so angeröstete Walnuss war mit dabei. Ziegenkäse wahrscheinlich bei der Mischung? Ja, ja, ich glaube sogar Ziegenkäse mit Honig. Mhm. Ähm, auch schön angebräunt. Aber ich würde sogar sagen, da ist man einzeln rüber mit einer Flamme. Geil. Ähm, aber vor allen Dingen war so Pult, ähm, ich glaube es war so Hirsch. Oh, geil. Ja, aus der Keule oder so. Das war echt, das war echt sehr, sehr geil. Da bin ich ja auch ein großer Fan. Ich meine, dieses Jahr haben wir ja keine Weihnachtsmärkte. Ähm, was ich völlig in Ordnung finde. Fehlt mir zwar so ein bisschen, aber weil gerade hier um die Ecke, hinten an der Kulturbrauerei, da gibt es diesen einen Weihnachtsmarkt, die haben unfassbar geile Fressstände. Da gibt es nämlich, da kommen teilweise Jäger hin, die halt Wildbratwürste und so verkaufen und so richtig, richtig tolle, leckere Sachen. Also da kriegst du Dinge, die du nicht überall kriegst. Ihr hattet noch mal diesen Wildburger, der da drin ist. Mhm, zum Beispiel, ja. Sehr, sehr, sehr leckere Sachen. Da kann ich ja auch in Schöneberg den Weihnachtsmarkt der Homosexuellen empfehlen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ja, die haben sich da, aber das ist wahrscheinlich Inoffiziell. Ja, ja. Es ist wunderschön. Aber es ist halt auch Schöneberg. Genau, aber es ist halt auch super schön, wenn man da hinkommt und also wenn ich da immer hinfahre, jetzt nicht mehr dieses Jahr, aber das ist so supergeil Neon in allen Farben beleuchteter, eigener, eingezäunter Weihnachtsmarkt. Kitsch-Overload. Kitsch-Overload. Aber das Essen, Freunde, das ist so unglaublich. Die Atmosphäre macht auch immer viel aus. Das können natürlich nur Schwule. Nein, das meine ich nicht. Da gehen ja auch nicht, da sind auch die Stände, sind nicht nur von denen betrieben und so weiter, sondern die haben sie, das ist ja, Schöneberg ist ja einfach der Hotspot. Ja. Wir brauchen einfach einen Einspieler, sorry. Irgendwie Social Justice Warrior Watch. Ja, okay. Mit so einer kurzen Fanfare. Ja, egal. Auf jeden Fall ist das Essen da einfach unglaublich fantastisch. Also tatsächlich das beste Essen, was ich jemals auf dem Weihnachtsmarkt gegessen habe. Ja, geil. Weltweit. Nice. So, das wollte ich jetzt mal gesagt haben dazu. Ich war um die Weihnachtszeit noch nie, äh ne, totaler Bullshit. Wir waren ja jahrelang immer um den, so um den bis in den 20. oder so rein, so eine Woche vor Weihnachten waren wir ja jahrelang in London. Mmh, London ist schön. Fünf, vier oder fünf Jahre hintereinander. Ich war zu Weihnachten noch nie in London, aber London ist toll. Bis, bis eines Tages Kinder. Ich dachte, jetzt kommt Brexit. Nee, weil London ist wirklich unfassbar schön um die Weihnachtszeit. Und die, die Läden sind einfach nochmal einfach ein bisschen anders und dann war da immer auch Weihnachtsgeschenke, Shopping und so und das war schon. Ja. Schon sehr geil. Hab auch schon in New York Weihnachten verbracht, war auch schön. Nee, das könnte ich gar nicht. Kevin allein in New York. Paul allein in New York, ja. Nee, das könnte ich gar nicht, weil meiner Frau das viel zu wichtig ist, Weihnachten ihre Familie zu sehen. Die leidet auch krass dieses Jahr. Glaube ich gerne. Also ich nehme an, bei euch ist dann ja auch heftig reduzierter Betrieb. Ich sehe zum Beispiel meinen Bruder zu Weihnachten nicht und meine Nichte nicht. Ja, also wir sehen halt die Geschwister von meiner Frau nicht, weil alle einzeln. Also Schwester A am 24., Schwester B am 25. und wir dann die Jüngste am 26., also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist schon bitter. Also es ist, glaube ich, das erste Weihnachten, an dem ich meinen Bruder nicht sehe, was ich echt ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Also bei ihren Eltern meinte ich jetzt deswegen diese. Ja, aber wir haben uns auch dazu entschieden. Also dieses Jahr, unsere Eltern wollen wir sehen, an verschiedenen Tagen natürlich, aber das war es dann auch für uns so. Also mehr wollen wir uns da auch nicht zumuten. Ähm, ja. Ja, gut. Das dann... Dann wäre ja wieder mehr als ausführlich zum Thema Essen hier. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja, würde ich sagen, Olli? Nachtisch? Welcher Nachtisch? Kurze, kurze Fragerunde. Welcher Nachtisch an Weihnachten? Ich, äh, ich brauche gar keinen. Doch. Ich bin meistens super voll. Ich glaube, wenn, dann gibt es immer so eine, kennt ihr das? So Paradiescreme nennt sich das. Ja, kenne ich. Aber da ich keine Süßspeisen esse, weiß ich auch nicht, wie die schmeckt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Hardcore für Apple Crumble. Naja, sowas Aufwendiges ist nicht. Aufwendig? Keine Ahnung, Alter. Ich back nicht. Ey, Apple Crumble machst selbst du in 10 Minuten fertig. Selbst diese Crumble-Dinger brauchen noch eine Vorbereitungszeit. Nein, nein, nein. Du schnippelst Äpfel klein, haust sie in eine gebutterte Auflaufform, machst einen Streuselteig. Das ist wirklich nur Butter, Zucker, Mehl. Ich war bei dir, ich schnippelst Äpfel klein leider schon raus, so respektlos, wie das klingt. Du kannst auch einen Birnencrumble machen oder einen Feigencrumble oder was auch immer, worauf du Bock hast. Egal, das Obst lässt sich voll easy aussehen. Du machst nur 100 Gramm, also 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter. Teig machen, Streusel drüber, ab und Ofen fertig. Einfachstes Rezept der Welt, mega geil. Cool, werde ich auf jeden Fall machen. Danke, Olli. Jetzt lies. Du hast gelogen. Das lies. Der Weihnachtsmann kommt jetzt nichts für dir. Kann er ja nicht. Dein Schädel liegt auf unserem Tisch. Ja gut, noch ein Weihnachtsthema. Was ist denn da los? Weihnachtsdeko. Ja. Eure Wohnung geschmückt? Achso, das hatten wir. Nee. Ja, komm, jetzt lasst nicht Paul wieder hier den Weihnachtsnazi raushängen lassen, der nichts schmückt, weil es macht keinen Sinn, wenn man eh nicht zu Hause ist. Ich schmücke nicht. Ja, ich schmücke nicht. Ich auch nicht. Der Grinch hat gesprochen, beziehungsweise ich für ihn. Bei mir, ich bin ja ganz so ehrlich, ich hätte es auch ganz minimiert wahrscheinlich, aber wir haben es, weil meine Frau es extrem feiert und die Kinder es total schön finden. Punkt. Bei uns steht teilweise noch die Weihnachtsdeko vom letzten Jahr. Was? Ja, das hat kein Spaß. Und da stehen so ein paar Sachen. So eine Glaskugel oder so. Ja, mal da, irgendwie eine kleine Figur oder so, die einfach nicht weggeräumt sind. Okay. Ja, aber bei uns wurde auch extra dieses Jahr nichts, hätten wir auch nicht gemacht. Einfach nicht die Zeit dafür und auch gar nicht gewandt. Es hat nichts mit Zeit zu tun. Es ist einfach sinnlos, wenn du es nicht da feierst. Ich kann das immer noch. Aber warum denn nicht? Du hast doch auch zwei Wochen oder ab dem ersten Advent hast du doch schon Feeling in der Bude, wenn du das möchtest. Alleine Lichterketten am Fenster, das ist der Punkt, den ich am ehesten verstehe. Lichterketten am Fenster fühle ich. Fensterdekorationen aus, generell. Wir haben ein Lebungenhaus mit Licht drin sogar. Aha. Ja, das hat Nadine gemacht. Mit ihrer Mutter. Okay. Nicht mit mir. Du hast es genehmigt. Na, was heißt genehmigt? Das ist nicht meine alleinige Entscheidung. Keine Baugenehmigung eingeholt, die beiden bei dir? Nein. Oh, da würde ich aber nochmal... Keiner holt bei mir die Genehmigung. Weiß ja nicht, ob die Kranplätze verdichtet wurden. Ich glaube, nächstes Jahr komme ich einfach heimlich. Ich melde mich einen Tag krank und dann seid ihr beide hier und ich verabrede mich mit Nadine um deine komplette Bude. Aber so dermaßen einen auf McAllister zu schmücken, Alter, davon tronzt so die nächsten zehn Jahre noch. Ja, weniger ist immer besser. Weniger. Habt ihr auch so Nachbarn... Paul, du weißt doch, mehr ist immer mehr. Ja, das war. Habt ihr auch so Nachbarn, die es mit Fenster, Deko, Blinky, Blinky, Blitzanlage völlig übertreibend? Ja. Da hatte ich in Berlin genau gegenüber von unserem Balkon, auf der anderen Seite vom Innenhof, war ein Typ mit einer Dachterrasse auch und so einem, ja, wie so eine Art Wintergarten, der so in sein Wohnzimmer überging. Und er hatte unter anderem auf seiner Dachterrasse, PS, die war sehr groß, ein ungefähr, also wenn er daneben stand oder seine Frau schräglich Freundin, hätte ich den so geschätzt auf 2,50 bis 2,70 Meter großen, leuchtenden, aufblasbaren Weihnachtsmann. Oh, warte mal. In welcher Ecke von Berlin? Äh, Lichtenberg. Fährt da meine Tram zufällig lang? Es kann sein, dass ich weiß, was du meinst. Den kannst du nicht von der Tram aus gesehen haben. Okay, aber ich hab diesen Weihnachtsmann, hab ich schon mal gesehen, diesen riesen fetten Aufblasbaren. Ja, das kann sein, den gibt's bestimmt schon irgendwann. Ja, das hatte der jedenfalls und seine Butze war generell, also musstest du wirklich aufpassen, dass das Ding nicht mit einem Flughafentower oder so verwechselt wird. Flugzeug war dann nicht, ja. Mit einer Landestation für ISS-Astronauten, so nach dem Motto, weil die haben die vom All aus auf jeden Fall gesehen. Also der Typ, der ging schon richtig nass zu Weihnachten. Ich hab das aber irgendwie auch gefeiert. Ja, ist immer cool. Wir haben uns in der Nachbarschaft... Ja, sorry. Willst du zuerst? Nee, Paul, ich möchte nur das Thema töten, so wie er Weihnachten töte. Nee, ich möchte... Wow, nein, ich meine das einfach nur diese... Ich finde das so lustig, wie unterschiedlich diese Balkone alle geschmückt sind. Und manche schaffen das echt stilvoll, auch viel und trotzdem stilvoll. Und manche schaffen das so überhaupt nicht. Über gar nicht. Manche machen das Ding. Ja, aber es gibt auch... Es gibt nur diesen Mittelteil, der dann kacke ist. Ja. Wenn du es so gar nicht stilvoll schaffst, aber dafür einfach unter dem Motto, mehr ist immer mehr, dann kann es auch schon wieder einfach nur lustig sein. Ja. Also dann kann es schon wieder feierbar sein. Bei uns in der Nachbarschaft gibt es einen, der übertreibt es auch maßlos. Da bin ich auch der Meinung, wenn du unten stehst, der ist irgendwo im siebten Stock, du hörst schon so dieses Static vom Strom. Hier hörst du schon dieses... Genau. Ähm, also bei dem ist halt auch wirklich, wenn du mit der Tram einfährst aus 100 Metern Entfernung, siehst du da schon alles Blitzen und Blinken, auch in einer Geschwindigkeit. Es gibt ja so diese geilen Fensterlampen, die so blink... Licht wechsel. Mmh. Blink. Die sind ganz angenehm. Bei dem ist so bling, 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 bling. Er hatte Weihnachtsstrobo. Alter, wirklich. Und das läuft die ganze Nacht durch. Und in allen Farben. Ich verstehe das nicht. Wenn er Polizist wäre, wäre sein Spitzname auf der Wache auch Strobokop. Strobokop auf jeden Fall, Alter. Ja. Okay, willst du ein Thema sehen? Kann ich gar nicht gerne machen. Hau mal denn hier Schönes. Er zog, sah und ließ. Kekse backen, habe ich schon gemacht mit den Kindern, habe ich glaube sogar auch schon erzählt, war eine mittelschwere Katastrophe, gibt zweieinhalbjährigen keine Ausstechförmchen in die Hand, wenn sie sich, vor allen Dingen nicht mehr so viel Teig da ist, dass sie das für eventuell tödliche Schläge auf Gesicht zur nötigen Mindestmaß an Abstand unterschreiten. Also da kann es schon mal sein, dass Jonas halt auf das letzte Stückchen ausgerollten Teig mit seiner Form gerade einstechen will, Mila sich aber denkt, das ist ihr Recht, dieses letzte Stückchen Teig, wo die Form noch passt, einzustechen und Jonas quasi mit einem herzförmigen Abdruck einer außerordentlich scharfen Metallkante, die ein Plätzchen-Ausstechförmchen ist, quasi weiterleben muss. Habe ich gehört. Es kann passieren. Ja, nö, also ich bin da sehr leidenschaftslos. Wer hätte es gedacht, Paul. Das überrascht mich jetzt aber wirklich. Ich kriege aber sehr gerne Vanillekipferl, wenn mir die jemand bringt. Also Paul, auch wirklich geil ist, wirklich so. Ich lasse mich von Weihnachten nicht stressen. Ich lasse mich nur gerne bekochen, dekoriere mich und kriege gerne Kekse geschenkt. Rischia Chauvi. Nice, Alter. Nee, das macht meistens Nadines Mutter, backt unglaublich viel. Wir haben aber auch schon mal ganz viel gebacken und für ganz viele Leute das verteilt und so weiter und so fort und es wurde halt so null gewürdigt, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. So, so, das ist nicht. Die Wahrheit ist nämlich, die anderen sind schuld. Wie immer. Okay. Also ich muss sagen, wir haben bisher jedes Jahr immer Kekse gebacken, dieses Jahr das erste Mal nicht. Und ich bin froh drum, weil jedes Mal sieht die Küche aus wie Sau. Ja. Vor allem, weil Anne dann immer gerne Glitzer auf die Kekse gemacht hat und das Glitzer, findest du, ist wie Konfetti in der Wohnung, findest du Jahrhunderte später noch. Die werden irgendwann mal Ausgrabungen machen und Glitzer bei mir in der Wohnung finden. Weil du immer Sliving Cookies gemacht hast. Sliving Cookies, ja. Das Geile ist, dieses Jahr, Anna hat ja, ist schon jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr und hat sich ja so eine Paketstation, Dingsbums, wo die Leute ihr postfachmäßig was zuschicken können. Wir haben von Annes Zuschauern so unfassbar viele Kekse bekommen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Wir essen fleißig Kekse. Vanillekipferl sind nicht dabei, Paul, sonst hätte ich dir gerne welche mitgebracht. Ja. Aber, unter anderem, unser Mod, Temerari, hat auch eine Keksdose geschickt. Ja, alle Podcastsführer, mit unserem Mod meint Olli, ein Moderator aus unserem Twitch-Chat. Genau. Aber ohne Vanillekipferl, nur hey, trotzdem gute Kekse. Aber Alter, da waren so kleine, braune, so viereckige Dinger bei, die sahen aus wie Brownies und ich hab noch nie geilere Kekse gegessen als das. Das war Wombat-Kacke. Ey, dann esse ich das wirklich gerne. Wenn das Wombat-Kacke ist, Digga, hol ich mir drei. Wusstest du, dass die Würfelchen kacken? Ja, hab ich gehört mal. Super lustig. Super witzig. Aber passiert auch erst beim Auspressen holen, ne? Ja, ja. Aber die waren halt so, das war innen noch so wie so ein Vulkan-Cake, fast schon noch flüssiger Schokoteig, mega gut gewesen. Also war es ein Brownie? Ich glaube, ich weiß es nicht, Mann. Es war außen wie ein Plätzchen, aber innen wie ein Brownie. Das ist ein Brownie. Ein Plätzchen-Brownie. Ein Plätzchen-Brownie. Ein Plätzchen-Brownie. Ein Plownie, ja. Nennen wir das ein Plownie, hat mir sehr gut geschmeckt. So wie Daddy in Erinnerung geblieben ist, war das ein Hash-Pownie, Alter. Davon kann es aber ausgehen. War richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. War auch richtig gut. Deswegen dieses Jahr keine Kekse backen. Olli sehr glücklich, weil Küche sieht nicht aus wie Sau. Ja, stimmt. Da fiel mir gerade ein, habe ich heute Morgen gelesen, fand ich sehr lustig aus Kalifornien, mit der Nachricht. Wer hätte gedacht, dass 2020 an Weihnachten mit der Familie sitzen und Kiffen das Illegale mit der Familie sitzen ist. Fand ich lustig. Fühl mir genau dazu ein. Ist ja ein bisschen nicht richtig. Ja. Ich weiß. Aber hätte er formuliert bekifft sein? Ne, das wäre ja auch nicht illegal. Das wäre ja nie illegal. Schwierig, wir kriegen es nicht besser formuliert. Witze werden ja bekanntlich immer besser, wenn man sich das in einer Klamüsert. Ja. Deswegen, um das zu übergehen, greift Paul direkt zu. Geschenke einpacken. Oh. Wer ist bei euch bei der Beauftragte? Ich. Du? Die lästige Pflicht bleibt immer. Für alle. Für absolut jedes einzelne Geschenk mache ich das. Das ist schlimm, oder? Oder machst du es gerne? Das ist meditativ auch. Naja, ich gerne. Also meine Frau hasst es, mich stört es nicht. Deswegen ist die Aufgabenverteilung vollkommen in Ordnung. Ich mache es auch ganz gerne, aber es gibt einfach Objektformen, die halt krass Arsch saugen. Das einzupacken, macht halt keinen Spaß, Alter. Gerade Kinderspielzeug. Wenn dann so, am besten immer so eine Actionfigur, die so eingepackt ist und dann oben noch so schräg. Ja. Was lang geht und so. Oben dann noch das Ding zum Aufhängen, was man nicht abmachen kann, weil das zum Karton gehört. Und dann hat es aber auch irgendwie nochmal hier und da eine konische Form, wo was rausguckt. Und beim Probierknopf muss auch irgendwas sein. Ach, Rundesachen. Das ist alles des Teufels, Alter. Wobei, da kannst du einfach oben zuknüllen und ein bisschen Geschenkband drum machen. Ja, ich habe mir aber auch auf Instagram mal so ein Ding gespeichert mit, also tatsächlich irgendwie schon vor, oder letztes Jahr oder so, habe ich mir so ein Ding mal gespeichert, wo einfach jemand zeigt, wie man jede Form einpackt. Oh, nice. Was übel Gutes, was mir auch wirklich geholfen hat, letztes Jahr. Krass. Krass, werde ich dieses Jahr wieder nutzen. Also, wie ihr wisst, ich lasse mich von Weihnachten ja nicht stressen. Nadine packt ein. Nadine packt ein, tatsächlich aber auch immer so unglaublich schnell und schön, dass ich habe keine Chance und ich kann es nicht. Ich habe tatsächlich, ungelogen, also ich packe jedes Jahr Geschenke ein, immer wieder und es wird nicht besser. Es wird kategorisch so, dass man sieht, welche von dir sind. Ja, sofort. Finde ich aber auch mal schön. Ich mag das ja, wenn Geschenke scheiße eingepackt sind. Und ich bin halt tatsächlich dann auch so ein Typ, der da steht und irgendwann soll ich sagen, das kann ich dein Ernst sein. Jetzt muss halt Tesafilm ran. So, also, wenn die Falltechnik nicht mehr funktioniert, wird es halt eingewickelt. Ich bin ja auch ein Freund eigentlich davon, das gar nicht zu verpacken. Ich bin so ein Freund von so Tüten. Was? Ich will eigentlich erst bei mir ein Geschenk einpacken. Ich habe da richtig Bock. Ja, eure Geschenke waren ja jetzt auch nicht eingepackt. Ja, stimmt. So eine typische Wasseraufsprudlerflasche wäre doch ein gutes Objekt dafür. Es ist rund, hat eine unebene Flaschen, Form und Oberfläche. Flaschen ist relativ einfach. Flaschen mache ich so, mache hier oben schön Kringel, Bändchen drum. Nee, Kringel ist halt einfach. Das ist wunderschön. Kein Kringel, Alter. Nein, nicht Kringel, hier so eine Blüte. Naja. Eine Blüte. Ich weiß, was du meinst. Du drückst über der Faust zusammen, machst ein Bändel drum und hoffst dann, dass es... Ich seh gerade, das... Das ist eine Blüte, nennt er das. Ja, ne Blüte. Das wird oben, das wird hier, wird das flach zusammengeführt und oben dann umgeschlagen, das ist... Also, ach komm. Kringen wir Montag? Ich möchte Montag mit euch ein Flipflip-Video machen. Die Geschenke einpacken? Ich möchte einfach die Geschenke einpacken-Challenge. Wir nehmen uns das Bescheideste, was du finden kannst zum Einpacken. Das man zu Hause findet. Genau. Und das gibt man dann jemand anderes und wir haben Geschenkpapier und Tesafilm da. Ein Springseil. Was auch immer. Richtig, richtig schlimm. Findest du? Und wer... Da müssen wir es einfach... Lass uns das machen. Jeder bringt Montag was mit, was richtig beschissen einzupacken ist. Zwei Sachen. Ich nehm ne Toppflanze ein. Zwei Sachen. Toppflanze finde ich schwer. Du verpackst ja nur den Topf. Nein, die Pflanze auch. Nee, das macht ja niemand. Jedes Blatt einzeln einpacken. Was? Das ist dedicated, Alter. Wieso? Nee, aber wollen wir das machen? Ich finde das eine witzige Idee. Ja, wenn wir es übers Wochenende nicht vergessen. Bis Weihnachten ist das fertig. Wir vergessen das übers Wochenende. Ich bin ja dazu übergegangen in meiner Family. Hundertprozentig. Ich packe mittlerweile Geschenke gar nicht mehr ein. Ich war auch immer der Geschenkebeauftragte. Mittlerweile bin ich echt so ein faules Stück Scheiße geworden, dass ich hingehe und auch schon Geschenke ohne sie einzupacken überreicht habe. Alter, das würde ich nicht über das Herz bringen. Ich mache das bei meinem Bruder zum Beispiel oder so, mache ich das so, da sage ich, hier ist dein Geschenk fertig. Habe ich das letzte Mal zu seinem Geburtstag zum Beispiel gemacht. Da gehst du halt irgendwo hin und lässt sie einpacken. Also da bin ich auch ein großer Fan von. Oder, was ich aber auch schlimm finde, ist, ich habe ja inzwischen in ganz vielen Läden gibt es schon so fertige Packungen. Das stimmt. Ich habe lange genug im Einzelhandel gearbeitet, um dich dafür nur zu verabscheuen. Ja, aber die haben also, es gibt Läden, 50 Leute in der Schlange an der Kasse. Könnten die mir das noch einpacken, bitte? Nein, nein, nein. Da macht es nicht. Ja, klar, du selbstsüchtiges, egoistisches Stück Scheiße. Es gibt Läden, da gibt es extra Verpackungsstationen. Da sind Leute, die verpacken nur. Ja, hatten wir bei WMF nicht. Wir mussten das wirklich einpacken. Kassieren, abkassieren und einpacken. Das ist übel, aber meine Geschichte kurz zu Ende. Fertige Einpackpackungen, ob es Tüten gibt oder sonst irgendwas. Und hatte ich dieses Jahr eigentlich auch als Plan. Habe auch noch gefragt, hier, ich nehme das und das und passt das da rein? Ja, ja, das passt. Nee, es passt. Jetzt habe ich so Einpackdings, wo die Sachen nicht reinpassen und musste also zumindest für meine Frau die Geschenke selber einpacken. Geschenk zersägen. Nee, und das Schöne ist ja, ich entscheide mich dann einfach wirklich eine Seite, die mache ich super glatt. Und wie es hinten aussieht. Ist egal. Gib ihm. Voll Hemd. Und dann sieht es immer, wenn es da liegt, wenigstens schön aus. Mir ist das aufgefallen gerade. Was? Oh. Ich habe euch doch denjenigen gezeigt, ich habe euch doch, der Typ, der eine Typ, der geschrieben hat, habe ich euch doch erzählt. Der eine Typ, der geschrieben hat, wer auch immer von euch der Affe ist, der die ganze Zeit Speichel durch die Zähne zieht, hör auf damit, das ist widerlich. Ja. Du bist es. Wieso? Echt? Ich habe es gerade zum ersten Mal mitgekriegt. Du bist das. Was habe ich getan? Du hast erzählt und machst während des Erzählens. Achso, das passiert mir aber auch oft. Das schmatzen dann bevor ich im Satz anfange? Nee, nee, nee. Es war im Satz gerade so ein Wortwechsel. Und es war richtig so ein aggressives. Echt? Ja. Und jetzt dachte ich mir gerade. Jetzt weiß ich, was er meint. Jetzt weiß ich zum ersten Mal, was der werte Kommentarschreiber meint. Ja, Kündigungsgrund. Für den Kommentarschreiber. Für den Kommentarschreiber, genau. Mach den Paul nicht an, ja? Ich komme vorbei bei dir zu Hause. Dann packe ich dich an. Paul, das ist auch keine Aufforderung, dein Verhalten zu verändern. Wir akzeptieren dich hier jederzeit genau so, wie du bist. Es ist nur, um die Leute aufmerksam zu machen, einfach auf bestimmte Schwächen, die jeder von uns einfach mitbringt, die aber dieses Team ja auch einzigartig machen. Na gut. Habt ihr auch schon mal gehabt, dass ihr so das Läden haben schon zu, ihr packt gerade last minute noch ein Geschenk ein und stellt fest, das Geschenkpapier reicht für das letzte Geschenk nicht mehr komplett aus? Scheiße, ich habe schon so viele Sachen in Alufolie eingepackt und sowas, Alter. Da gibt es gute Tricks. Bunte Katalogseiten hast du nicht gesehen. Also ihr Wettnehmen, unten drunter noch packen. Ach so, ja. Oder Zeitungspapier. Oder das, was Paul gerade sagte, das ist mir nämlich daraufhin aufgefallen, ich habe auch schon mal ein Geschenk verpackt, was dann unten einfach komplett offen war, nur die Ränder so aufgeklebt waren. Ich habe es extra so unter den Baum gelegt, dass man es nicht sieht, ist niemandem aufgefallen. Nice. Bin mit der Nummer durchgekommen. Nicht mal dem Beschenken? Nee, niemandem. Der hat es genommen und hat gleich oben aufgerissen. War meine Nichte, glaube ich. War gut. War gut. Die hat sich sehr gefreut über die Captain Morgan Flasche. Ach du ey, ich bin ganz ehrlich, man, bei Kindern... Immer Alkohol. Ich finde das ja schön, Weihnachten mit Kindern kann eine unheimlich schöne Sache sein, zu sehen, wie die sich freuen und so. Aber mehr und mehr nervt mich das auch ein bisschen, weil dieser Trend, gerade wenn nicht so viele Kinder in der Familie sind, ist gut auch von der Familie abhängig, aber dieser Trend dahin, dass sie überhäuft werden mit Geschenken und nicht so richtig wertschätzen, es wird nur noch auseinandergerissen, Ecke gestellt, auseinandergerissen, Ecke gestellt und dann noch gemeckert, dass die eine Sache nicht dabei ist. Das Wertschätzen stimmt gar nicht, das kannst du auch den Kindern nicht anlasten, aber sie haben einfach nicht die, sie haben gar nicht die Möglichkeit, sei es kognitiv oder sonst was, sich über die zwölfte Sache auch noch in dem Maße irgendwie zu freuen oder so euphorisch zu sein wie über die ersten elf, weil auch in unserer Familie ist es auch ganz schlimm. Das geht, ich habe das sogar auf Video, dass das geht. Ja, ich weiß, dass es auch geht, aber du weißt, was ich meine. Das war jetzt nur ein Beispiel dafür, dass du den Kindern nicht vorwerfen kannst, das nicht zu appreciaten oder genug irgendwie wertzuschätzen, wenn sie da überhäuft werden über Tage. Ich muss da immer an den Stiefbruder von Harry Potter denken. 13, letztes Jahr war es 14 Gedenken und jedes Jahr eins mehr, also 15, wir fahren jetzt los und kaufen noch zwei. Ich habe, mein Vater hat alle alten Super 8 und VHS Aufnahmen, die damals in unserer Familie gemacht wurden, mittlerweile digitalisiert und da gibt es von Weihnachten 92, 93, 94 so, gibt es Videos von mir und meinem Bruder, wie wir Sachen auspacken und das ist so Comedy Gold. Eigentlich würde ich am liebsten die mit euch gucken und darauf reagieren, um ganz ehrlich zu sein, weil da so geile Sachen bei sind, die wir geschenkt kriegen, wie ich mich zum Beispiel heftigst über meinen Turtles-Mutagen-Schleim freue. Das hat einfach Gold. Den hatte ich auch. Richtig gut. Also wirklich total niedlich. Ich weiß noch nicht, ob wir das machen können, wegen Verwandtschaft. Die meisten sind tot, aber... Was? Alter, Entschuldigung. Weiß nicht, ob ich mit dem einen oder anderen das abklären möchte. Aber ich würde sie euch gerne einfach zeigen. Achso, dann, um es dann zu veröffentlichen. Ja, 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 richtig. Ja, okay, für uns können wir es ja gucken. Ja, ja, das ja. Aber da meinte ich, also mein Bruder und ich sind immer heftigst abgegangen. Das machen dann Fragen, Olli. Richtig. Weißt du, wenn du nicht fragst, können keine Nein sagen. Hast du das nicht gelernt früher? Nee. Ja, ansonsten, das ist das, was mich wirklich so mehr und mehr stört, weil du als Schenkender möchtest ja natürlich auch, dass sich der Beschenkte darüber freut, weil das bringt dir ja auch Freude, wenn der Helge sich gefreut hat. Ich schenke unheimlich gerne. Ich auch, ja. Und mir ist nichts unangenehmer als Weihnachtsgeschenke vor anderen Leuten auspacken zu müssen. Oh, das hasse ich. Das hasse ich auch, wie die passen. Wenn man so die ungeteilte Aufmerksamkeit dann plötzlich genießt und alle so, ne, pack doch auch mal aus. Und ich mir jedes Mal denke so, ich will sterben. Ich finde das bei uns ist es auch so lustig immer gewesen, weil wir sitzen dann alle im Kreis zusammen und jeder kriegt dann aber, jetzt bist du dran und du packst aus und zeigst und es dauert bei mir ungefähr so 15 Minuten, bis ich anfange Geschenke an alle einfach vom Baum zu nehmen, so zu verteilen und jetzt guck doch mal, ich will auch keine ungelogenen, ich will auch keine zwei Stunden da sitzen. Okay, da muss ich, da muss ich zwei Sachen zu sagen. Ich bin, ich bin genau wie Flo. Ich hasse das und ich versuche auch zu meinen Geburtstagen immer, wenn ich Geburtstag mal gefeiert habe und Geschenke bekomme, habe ich immer diesen Trick versucht, ich stelle das da hinten auf den Tisch, ich mache das dann, ich mache das dann morgen auf. Klappt nur leider nie, weil ich mir denke, nee, pack das mal aus, ich will das jetzt sehen, ich verstehe es ja auch. Klar, ich will das als Schenkender aber auch sehen, die Reaktion von dem Beschenken. Klassischer 24. Mit meinen Eltern und meinem Bruder sah übrigens immer so aus, dass wir immer vorher festgelegt haben, wen du beschenkst, also quasi so Yule Club mäßig. Du ziehst, wen du beschenkst und niemand weiß, wen du beschenkst und niemand weiß auch, von wem man das Geschenk kriegt. Aber du bringst genau ein Geschenk mit. Die werden dann alle unter den Baum gelegt und dann spielen wir meistens Doppelkopf und der Gewinner darf sein Geschenk auspacken. Oder wir spielen ein anderes Kartenspiel oder so. Aber der, der gewinnt, darf dann sein Geschenk auspacken. Das geht meistens so ein, anderthalb Stunden. Das ist dann wiederum sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Das ist was vollkommen anderes, als anderthalb, zwei Stunden da zu sitzen und nur Geschenke auspacken. Das verstehe ich. Weil jeder einzeln und jeder muss dann sagen, und weißt du schon, wo du das hinstellst? Und hast du dir das gewünscht? Bist du zufrieden? Probier doch mal an. Ja? Ne. Ja, probier doch mal an. Macht ja noch Sinn. Ja, nicht, wenn du wie ich von deiner Oma Seidentag das Geschenk kriegst. Mit 14. Doch, dann macht das besonders viel Sinn. Aber die nächsten zwei Tage sind die Geschäfte da eh zu. Willst du umtauschen? Nein. Kann ich doch auch morgen anprobieren. No, hey, trotzdem guter Einwand. Schön. War mir gefallen. Wir werden den Floß dran beziehen, ne? Ich, ja? Ich weiß, ja, okay. Ich glaube, ja. Dann werde ich mich dem mal voll und ganz hingeben. Und ich zog. Weiße Weihnachten. Darüber haben wir letztens gesprochen. Hatten wir das letzte Mal 2010. 2010 war letztes Mal Weiße Weihnachten. Genau zehn Jahre her, dass das letzte Mal... Hier. Also bei uns, klar. Ja, ja. Dass das letzte Mal im Raum Berlin... Die Leute in der Schweiz so wollten. ...im Raum Berlin Schnee am 24. oder zum Heiligen Abend. Wie schade das eigentlich ist, ne? Keine meiner Nichten oder generell keine der Kinder in meiner Family hat jemals Schnee zu Weihnachten gehabt. Ey, das stimmt. Meine Nichte, glaube ich, auch nicht. Wenn sie nicht älter als 10. Ja, nee, definitiv nicht. Boah, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja richtig bitter. Ja, ist schade. Alter, feinter. Definitiv schade. Also ich kann mich... Für mich ist es gar nicht so lange her gefühlt. Ja, ich glaube, es war an der Ostsee, ist es noch nicht so lange her. Aber ich könnte es jetzt auch... Für mich könnte es auch wirklich zwei Jahre und es könnte genauso auch zehn Jahre her sein. Ich könnte es zeitlich nicht differenzieren. Ich hätte es auch nicht 2010 gedacht, wenn du mich gefragt hättest. Hätte ich dir... Ich hätte wahrscheinlich gesagt 2018, 2017. Aber krass. Ja, das stand mal als eine kleine, aber feine Information im Spiegel. Das hitte dich anders hart. Ja, gut. Krass, Mann. Ja, aber ich finde Weiße Weihnachten, so sehr ich jetzt auch gar nicht so der Weihnachtszelebrant bin... Ist einfach schön, ne? Schönes Wort auch. Ich finde Weiße Weihnachten einfach schön. Das triggert in diese klingtlichen Emotionen. Winter mit Schnee wäre eh schöner als dieses nasskalte Regendreckswetter, was wir die ganze Zeit haben. Ich kann aber... Ja, jetzt aktuell ist sowieso weird. Das saugt dir so die Lebensfreude aus. Ja, Mann. Und Bein, Alter. Ich hasse Winter abgrundtief, Mann. Aber so... Also jetzt Winter... Da hilft nur Augenkontakt halt eine Dosis erhöhen. Wobei, also ich finde Winter, wenn es geschneit hat, finde ich schön. Kann man machen. Weil dann auch aber durch den Schnee und die Reflexion von der Sonne wird ja auch alles heller wieder. Du hast ja dieses extrem Dunkle dann auch nicht mehr so viel. Überleg dir mal, wenn es wirklich viel geschneit hat, wie es abends auch länger hell bleibt und so. Das ist absurd. Aber jetzt ist es also wirklich 15 Uhr draußen stockduster gefühlt. Ja. Also das ist schon 15 Uhr und das Einzige... Es wird dunkel halt. Um vier wird es dunkel und um 17 Uhr ist... Um 16 Uhr ist doch schon ein Stock finster draußen. Ja, ich glaube... Ja, 16 Uhr glaube ich nicht. Also ich habe zumindest auch das Gefühl, dass 15 Uhr auf jeden Fall die Sonne schon... Ich habe mich neulich gefragt, ich bin aus dem Büro rausgegangen, es war 16 Uhr, es war dunkel. Ich habe gedacht so, haben wir in den letzten Jahren das mit der Zeitumstellung völlig verkackt und jetzt sind es vier Stunden weg oder so? Irgendwie so 15 Uhr, 45 glaube ich fängt es an, wirklich richtig zu dämmern und dann 16, 30 oder so müsste schon... Also vor 17 Uhr ist es auf jeden Fall dunkel. Und gleichzeitig aufgehen tut es ja auch nicht mehr. Ja. Also das ist ja auch so eine Kombination. Das war das Einzige, was mich heute beruhigt hatte, also beziehungsweise gestern, weil ich irgendwie nicht schlafen konnte. Ich weiß immer noch nicht wieso, aber ich lag auf jeden Fall bis irgendwas länger als vier, lag ich einfach mit offenen Augen so rum und wusste dann, keine Sorge, die Sonne wird mich nicht wecken. Also mein Bäcker stand zwar auf ganz normal sieben bei mir, aber ich wusste auf jeden Fall, ich werde nicht früher wach, wie ich im Sommer früher wach werden würde. Ich habe mich übrigens aufs Sofa gelegt, deswegen jetzt zur Erklärung, die Sonne wird nicht reinscheinen. Ja, wir haben auch gerade eine Nachricht bekommen, 16 Uhr 2 ist wohl aktuell Sonnenuntergang. 16 Uhr 2. Aber da ist es ja noch nicht finster. Ja, aber ich finde einfach so, ich, jetzt dieses Jahr ist sowieso für den Arsch und da müssen wir nicht drüber reden, aber irgendwie rausgehen und einen Schneemann bauen an Weihnachten, da habe ich schon Bock drauf, das fühle ich schon. Ich will einen Schneemann bauen. Ich habe zuerst gedacht, du kommst jetzt mit Rolf zu Kowski, dann hätte ich dich töten müssen. Was? Stattdessen verfasse ich den Leuten einen Frozen-Ohr rum und alle hassen mich. Wieso? Das Thema haben wir gar nicht im Schädel. Ja, ich finde es gut. Wir haben Weihnachtsmusik gar nicht im Schädel, aber wo wir gerade an der Stelle sind, würde ich das auch ganz kurz mit aufmachen. Weil, ich würde es tendenziell nochmal ganz kurz erwähnen. Flo versuchte seinen Schädel an der Kante vom Fernseher einzuschlagen, als Olli dieses Thema vorschlägt. Fühlt du Rolf zu Kowski genauso wenig wie ich? Ich kriege eine Krise, wenn ich diese furchtbare deutsche Weihnachtsdudelei zu Weihnachten irgendwo höre. Ich werde wirklich wahnsinnig, weil ich mir das nicht geben kann. Aber das heißt, du gehst nirgendwo hin? Im Idealfall, wenn da diese Musik läuft, möchte ich es vermeiden, ja. Also es kommt ja selbst in Elektrofach gut, jetzt gibt es keinen Einzelhandel gerade, aber normalerweise, du begegnest dem ja überall. Ja, du kannst dem nicht entkommen und ich werde, das macht mich betroffen. Bei meinen Eltern lief zu viele Jahre, halt so Rolf-Zukowski-Gedöns-Zeugs. Ich habe meinen Namen schon. Die sind aber auch irgendwann umgestiegen auf so dieses typische, ja dieses ganz typische Michael-Bublet-Zeugs. Ich sage, komm Alter, das geht doch klar. Ja, das geht klar, aber... Der Typ ist das FIFA unter den Weihnachtst-CDs. Ja, das ist so geil, jedes Jahr kriecht er und wer noch, hier, Wham und Celine Dion kriechen einmal im Jahr aus ihrer Winterhöhle raus, um ihre Album zu verkaufen. Ja, aber das ist ja immer das Gleiche. Das kommt gut. Ich habe immer das Gefühl, bei meinen Schwiegereltern läuft einfach bis 21 Uhr nonstop das Aschenbrödel-Thema durch und dann wird CCR gehört. Ich habe auch ein... Carlo Cux? Nee, Carlo Cux? Creedence Daywater Revival. Ah, okay, geil. CCR kannte ich jetzt nicht. Eine einzige... Ja, ich kenne die Band, aber als CCR kenne ich sie jetzt nicht. Ich habe eine einzige Weihnachtss-CD auf meinem Telefon und seit der Modernisierung von allem, also seit auch meine Eltern keinen CD-Player mehr haben, bin ich trotzdem für die Musik verantwortlich an dem Abend immer. Was bedeutet, es läuft exakt ein Weihnachtslied und zwar, wenn wir zum Baum gehen, gibt es stille Nacht und ansonsten nichts. Ich bin wirklich ein schlechter Mensch, stelle ich gerade fest. Paul ist der Grinch. Doch, schon. Da steht auch unser Weihnachtsepisodentitel schon. Paul ist der Grinch, nur emotionsloser. Ja, da steht der Podcast-Titel. Geil. Weihnachtsspezial. Paul ist der Grinch, nur emotionsloser. Ich habe ja nichts gegen Weihnachten. Ist ja wirklich so. Da haben wir auch nichts für. Auf mal kommt das Aber. Da haben wir auch nichts für. Doch, ich liebe das mit meiner Familie zusammen zu sein. Also ohne Spaß. Mir ist es diese Besinnlichkeit und so weiter, aber ich brauche... Entschuldigung, falls das gerade völlig random kommt, aber Gnull, halt dein Maul. Er schrieb nur, wir sind gerade live, für alle, die es nicht wissen, er schrieb nur gerade zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirch. Das ist tatsächlich ein Zitat aus einem Ralf-Zukowski-Song und ich habe den Ohrwurm sofort im Kopf. Ich glaube nicht, dass es nicht, also dieser Song ist nicht im Original von Ralf-Zukowski. Doch. Die Weihnachtsbäckerei ist aber mal dermaßen älter als Ralf-Zukowski. Ist der nicht von ihm? Also, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der schreibt die doch alle selber mal. Aber das Ding steht in einem Kinder-Liederbuch von Anno dazumal, das ich zu Hause habe. Also dann hat er das Ding aber irgendwann in den 60ern geschrieben. Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt gerade sagen, gefühlt ist das ein Echsenmensch. Und der heißt Rolf-Zukowski, Olli. Das ist Rolf, ihr Nutten. Ja, ich weiß. Der gefühlt ist ja ein Echsenmensch und quält die Menschheit schon seit 200 Jahren. Der ist nicht auf Adenochrom, sondern der sammelt an Weihnachten Seelen. Seelen, ja. Das ist Flutsplitter. Er ist aus den 80ern und ist wohl von ihm. Echt, er ist so jung in Anführungsstrichen. Ja, ja. Boah, dankeschön. Übrigens macht er auch echt, echt schwierige Texte. Wie hieß denn dieser eine Song hier? Das kann ja auch nicht sein. Das Buch, was wir da zu Hause haben, ist doch älter. Der Winter ist ein harter Mann, seine Haut fühlt sich wie Eisen an. Es gibt so einen Song von dem, da haben wir uns totgelacht zu Weihnachten. Das könnte schon fast so eine neue deutsche Härte. Ja, ja, tendenziöser Text, wenn man ihn so interpretieren will. Aber wieso? Wie hieß denn der Song? Der Winter ist ein rechter Mann, genau. So heißt der Song. Und wenn du diesen Text falsch verstehen willst, kannst du ihn falsch verstehen. Und dann kannst du sehr viel Spaß damit haben. Kann ich sehr empfehlen. Das war dann immer so ein bisschen Lichtblick, wenn der Song lief. Habe ich immer damals mit jemandem sehr viel darüber gedacht. Oli präsentiert. Weihnachtsspaß mit Fascho-Gesängen. Ja. Aber da muss ich sofort ans Känguru denken. Warum heißt es recht haben und nicht links haben. Ja, genau. Das ist, wenn man es wirklich absichtlich ganz doll falsch verstehen kann. Ja. Oh Mann. Ja, soll ich noch einen Zettel ziehen? Ja, zieh noch einen Zettel. Definitiv. Wir haben auch mehr Zettel, als wir heute Themen bedienen können. Na ja, mal gucken. Wir sind ja noch gut in der Zeit. Oh, das ist auch schön. Weihnachtsbaum schmücken. Ja, mache ich. Jedes Jahr. Immer gerne. Übrigens. Und die Krippe aufstellen. Am 24. Denkt er sich jetzt aus? Nee, am 23. Nee, jein. Kommt immer drauf an, wo. Also bei meiner, in der Familie von meiner Frau passiert das traditionell am 24. morgens. Ja, doch. Und dann bleibt er bis Neujahr stehen. Ja, am 24. machen wir das. Also wir haben einen fast 40 Jahre alten Kunststoffweihnachtsbaum von Inas Großmutter geerbt. Der ist Bombe. Der hält auch einen Bombenbeschuss aus, locker. Okay. Und. Ist eben aus Beton. Stahlbeton. Deutscher Kopfstahl. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Weihnachtsbaumdeko angeht, Weihnachtsbaumdeko ist für mich das, was die Hochzeitsplanung für mich war. Mhm. Also volle Möhre immer gib ihm. Okay. Da hast du Spaß dran. Aber wer nicht mindestens 255 Kugeln an seinem Weihnachtsbaum hat, hat für mich eh schon versagt. Ah, du bist so Level, was wir im Prinzip. Im Kaufhaus des Westens gesehen. Im Prinzip darfst du vor Kugeln, anderem Schmuck und Lametta eigentlich den Baum nicht mehr sehen. Den Baum nicht sehen. Okay. Dann bin ich happy. Alles andere ist für mich kein Baumschmuck. Keine Löcher. Alles andere ist für mich Plastik, Müll, was zwischen Ästen hängt. Baumschmuck ist das wirklich erst... Einfarbig oder auch bunt? Ne, es sind Farbkonzepte. Also letztes Jahr zum Beispiel hatten wir sehr schöne Kombinationen aus Chrom, Silber und Gold, äh, Chrom, Silber und Weiß. Dieses Jahr haben wir das erste Mal Angst, dass die Kinder das kaputt machen, weil wir sie weniger gut unter Kontrolle haben als letztes Jahr, wo sie noch nicht so laufen konnten und so. Deswegen haben wir dieses Jahr komplett bruchsichere Kunststoffkugeln angeschafft. Sie haben gelernt zu laufen. Ja. Schützt den Weihnachtsbaum. Dieses Jahr gehen wir einen ganz traditionellen Weg aus einer Kombination von dunklem Rot und Gold. Ah. Oh, ja. Was aber auch besser zur Deko dieses Jahr passt. Okay, ich sehe das schon. Wow, Alter. Da gehe ich steil, Alter. Hätte das mit YouTube nicht geklappt, dann wärst du wahrscheinlich irgendwas in die Richtung. Du, ich habe während der Hochzeit, also ich war ja froh, dass wir eine Planerin hatten, aber prinzipiell war ich komplett nutz, wenn es da um das Schiggi, Schiggi, Schiggi-Miggi und Schönmachen und Orga-Krams und Gestecke aussuchen und so weiter und so war meine Frau schon immer so mit den Augen gerollt, so boah, ich hätte gesagt, nee, Alter, dieser Katalog hat noch 52 Seiten, die gucken wir uns an. Vielleicht gibt es was Besseres, aber wir haben schon 16 Zettel in den Seiten. Das ist egal. Geil. Nee, da bin ich schon steil gegangen, da habe ich schon Spaß dran. Bei uns war es immer, bei meinen Eltern, meinem Bruder und mir war es immer Tradition, dass wir am 23. quasi gemeinsam den Abend vorher den Baum schmücken, schon alles drunter packen und so und selbst nach dem Auszug von meinem Bruder und mir ist die Tradition geblieben, also deswegen feiert mein Bruder immer mit meinen Eltern am 24. zusammen. Ich wechsle zwar immer zwischen Schwiegereltern und Eltern am 24., damit es fair bleibt, aber wenn am 24. gefeiert wird, dann ist man meistens am 23. da und schmückt halt zusammen. Das gehört halt irgendwie dazu. Die wird auch weitergegeben, die Tradition an die Kinder gerade. Ja, generell haben wir uns selber sehr viele Weihnachtstraditionen geschaffen, stelle ich gerade fest. Ja, wie gesagt, bei uns ist es auch relativ entspannt. Also ich auf jeden Fall und dann wahlweise entweder meine Mutter oder meine Frau schmücken da zusammen den Weihnachtsbaum und da gibt es dann tatsächlich, also ein Farbkonzept wird vorher festgelegt auch, aber es ist inzwischen so viel Weihnachtskram, dass wir nichts Neues kaufen, sondern wir haben alle möglichen Farben da und dann gibt es immer Bienenwachskerzen, es gibt immer Echtkerzen. Am Baum? Ja. Uh, auf keinen Fall. Und? Das ist ja gefährlich, ey. Ja, es ist halt einfach so. Wir hatten mal so ein Kranztfeuer-Desaster bei uns in der Wohnung gehabt. Ja, wenn es brennt, brennt es halt alles. Mein Vater hat den mit den Händen genommen, Lichterlo brennt, ist in die Küche damit gerannt, hat ihn in die Spüle geworfen. Ja gut, das kannst du bei dem Baum nicht machen. Ähm, aber egal. Ist es nicht zu schwer, bist du zu schwach? Genau. Das wäre sowieso, wenn da irgendwas schief gehen würde, wäre halt, also gerade Thema Ostsee, Reetdach, wäre eh Sense. Ja, ist vorbei. Also da wäre einfach Sense. Und alle Häuser drumherum auch. Ja. Ganz Ostsee. Aber, äh. Die Haken brennt, Alter. So sieht es aus. Aber, ähm, und es gibt immer so, es gibt noch den selbst gebastelten Engel von mir aus Google-Oge, ich glaube, Kindergarten. Gott. Und den hat meine Mutter immer noch, der kommt immer ran. Und, äh, dann gibt es also tatsächlich von Stefans Eltern was und da gibt es immer so eine Mischung aus so ein paar schönen Sachen und dann ansonsten das Farbelement, was wir gerade wählen wollen. Haben wir uns aber noch nicht entschieden, wird dann spontan entschieden. Was für die? Was kommt jetzt? Und wir haben eine Krippe. In dieser Krippe ist übrigens, abgesehen davon, schöne Holzgeschnitte, alles drumherum, Pipapo-Krippe, gibt es auch immer einen Playmobil-Esel. Niemand wird jemals die Krippe von Freunden vor mir schlagen, die einfach kleine Holzblöcke haben, auf denen sie mit Kugelschreiber Namen draufgeschrieben haben. Und der eine Holzblock liegt und das ist natürlich Jesus. Ganz ehrlich, mach das aus Metall und gravier das in der schnörkeligen Schrift rein und du kannst das aber als sündhaft teure Deko verkaufen. Ja, ja, ja. Ich musste gerade so lachen, weil mir einfiel, wie soll ich mal Weihnachtsbaumschmuck töpfern in der Schule, in der Grundschule. Boah! Sollten wir mal Weihnachtsbaumschmuck, oder wir konnten zumindest was töpfern und dann konntest du was oben so ein Tüdelchen durch, so eine Schnur durchmachen, dann konntest du das irgendwo anhängen. Und ich weiß noch, dass es immer bei meinen Großeltern am Baum hing. Ich weiß gar nicht, ob es ursprünglich mal dafür gemacht worden ist von mir, aber es hing immer da. Das war halt eine Tonfigur und zwar war das ein Gespenst, also ein Geist, der mit seinen kleinen Geisterärmchen so eine Handtasche gehalten hat und eine Brille auf hatte und den habe ich meiner Oma geschenkt. Ich soll wohl gesagt haben, ich kann mich daran nicht erinnern, aber es hält sich hart nicht, ich soll wohl gesagt haben, das ist ein Geist und das ist ein Gespenst und das ist Oma. Ich soll wohl dazu ganz unschammernd gesagt haben, Oma, das bist du, das ist ein Gespenst, so siehst du aus, wenn du mal tot bist. Okay, und dein Opa hängt dir jedes Jahr an den Baum? Nee, meine Oma lebt noch, meine Opa nicht mehr. Ha! Das ist nämlich, das ist wie das Bildnis der Story in Grey. Ja, verstehe. Das kann sein, ja. Weil du gerade sagtest, unechter Weihnachtsbaum. Ich kann ja jeden Gedanken dahinter verstehen, sich einen unechten Weihnachtsbaum zu holen, einfach weil man keinen Baum in der Wohnung hat, den man dann wegschmeißt und der dann auf der Straße liegt und viel Müll. Weil du keinen fällen musst. Bei all der Kritik. Aber ich kann genauso gut, ich kann beide Seiten mal voll gut verstehen, weil mir fehlt da immer auch so ein bisschen dieser Geruch. Ich liebe das ja so. Ich mag das wirklich, dass ich das kann. Aber wenn du so einen schönen Nadelbaum im Wohnzimmer hast, das riecht halt auch einfach geil. Ist jetzt natürlich kein Grund, einen Baum einfach zu fällen und sich den zum Sterben ins Wohnzimmer zu stellen, weil er gut riecht. Kannst du ja auch nicht mit Menschen machen. Sagen, hier, ich stelle mir denen einfach ins Wohnzimmer, riech gut. Da wirst du schief angeguckt, ne? Was kannst du mit Weihnachtsbaum, aber nicht mit Leuten machen? Seit ein paar hundert Jahren früher konntest du das machen. Früher ging das noch. Mein Bruder ist nämlich auch zum Beispiel so ein Verfechter von echten Bäumen. Ich glaube auch, ich habe die ganz starke Vermutung, mein Bruder hat sich ja vor drei, vier Jahren ein Haus gekauft, relativ hohe Decken und ich glaube, der hat das nur gemacht, damit er sich einen noch größeren Weihnachtsbaum holen kann. Der ist da so wie du. Also der ist wirklich, das muss schon so das Ding vom Rockefeller Center sein. Nice. Grüß ihn bitte. Ja, mach ich. Brüder haben Geiste. Ah, herrlich, Alter. Ja. Nee, bin ich schon ein großer Fan von Baumschmuck. Super. Ja klar, Paul, einfach mal zu. Zünden wir ja raus, ob wir hier noch Kurzes haben. Hättest du mal nicht so, Olli, ist weihnachtlich hier. Ja, tut mir leid. Nur mal an. Schnabbelabbelun. Das ist jetzt so allgemein. Das ist jetzt nicht Weihnachten. Wie kommt denn da ein allgemeines Thema rein? Dann haben wir das aus Versehen da reingeworfen. Was wäre es denn gewesen? Naja, es ist schon, es ist einfach alle Familienfeste. Ah ja, nee, das gehört da nicht rein. Das wäre jetzt auch, ich dachte, das kann man mit einem Satz beantworten, aber das geht nicht. Was macht man mit den Resten vom Weihnachtsmahl? Ah, das ist ein schönes Schlussthema. Geil. Am 28. noch mal zusammensitzen und alles wegfressen, was noch übrig ist. Ja, aber Nudeln kochen und dann Nudeln in Bratensauce mit dem Fleisch vom Braten, was übrig ist. Ah, dafür lebe ich. Das ist das Beste. Das ist wirklich, das ist Leben. Ich esse von ganz oder ente, esse ich schon immer beim nächsten Tag zum Frühstück. Ich bin da sehr glücklich. Paul lässt sich da nicht stressen. Ich lasse mich da nicht stressen, nee, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin ja ein großer Geflügelfreund. Okay. Ich will mir das sagen, ich habe jetzt gestern ein Laden entdeckt. Veganer hast du diesen Dreck? Gestern ein Laden entdeckt. Hey, trotzdem gute Formulierung. Laden entdeckt. Der tatsächlich jetzt durch den neunten Lockdown neu hinzugekommen ist in gute Essenslieferungen. Und ich habe eine halbe Ente mit Rotkohl und Klößen gestern bekommen und dachte einfach nur, das ist nicht euer Ernst, es war alles heiß, es war alles lecker, es war alles gut. Und es gab separate Soßenpackungen und so weiter und so weiter. Ich bin begeistert. Geil. Kann ich jetzt mal kurz hier, wollt ihr mir mal erzählen? Neus. Also falls man bei mir Weihnachten feiert, bestelle ich da. Okay. Nice, da lässt er sich gar nicht stressen. Da lasse ich mich gar nicht stressen. Wenn ich vor allem den Podcast so nennen, ist Weihnachten und Paul lässt sich gar nicht stressen. Weihnachten. Weihnachten und Paul lässt sich nicht stressen. Weihnachten, aber bloß keinen Stress. Finde ich gut. Da kriegen wir was hin. Pauls Familie hast diesen Dreck. Es klingt so viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist, ist mir aufgefallen in dieser Folge. Alter, ich habe die sauberste Schuh-Solo der Welt, sehe ich gerade in der Kamera. Ist ja abgefahren. Ne, Olli auch. Naja, ist gut, Jungs, ich habe es verstanden. Dreht das alles hier auf dem Peppichboden ab. Habt ihr, ich überlege gerade, vielleicht mache ich dieses Jahr auch einen Weihnachtsauflauf mit den Resten mit Rotkohl und allem so und dran. Wie das wohl schmeckt? Das klingt nach einer Christmas-Living-Lasagne. Ja, aber noch mit Käse überpacken. Ne, ich denke da eher an Pürieren und das ist Nahrung. Freunde, das kommt bald auf dem Flip-Floid-Kanal, den ihr übrigens unbedingt auf YouTube mal abonnieren solltet. Morgen. Kommt morgen ein Video. Das kommt morgen. Ich glaube, ich war bei allem, was wir bisher hier gemacht haben. Also, wenn ihr den Podcast hört, gestern kam ein Video auf Flip-Floid. Ah, könnt ihr euch dann direkt im Anschluss anschauen, wie geil. Ich war in allem, was wir gemacht haben, und wir haben viel Wurstwasser-Challenge, Wackelpudding, was weiß ich, gemacht. Ich war noch nie so nah dran zu kotzen. Das nicht, aber ich muss sagen, ich war nie dauerhaft so angeekelt. Und vor allem hatte ich nie das Problem, dass ich während eines Drehs immer, ja, immer trauriger geworden bin. Ja, das ist komisch, was mit einem passiert ist. Energielos auch. Blüde, traurig, Kopfschmerzen. Wir haben Mikrowellen-Fertiggerichte. Genau, solche Mehrkammerngerichte. 15 Stück oder 10 Stück. War es nur 10? Ja, es kam uns vor wie 20. Ja, es kam wirklich vor wie 20 mehr. Und da waren Sachen bei mir. Immer gute Laune, weil Olli ging es wirklich richtig schlecht. Nee, das ist, ich hasse das. Das ist auch, wenn man sich nicht stressen lassen will, übrigens keine Alternative zu Weihnachten, wenn ich das mal so sagen darf. Alter, dieses Fischgericht. Wie kommt man auf die Idee, ein Fischgericht in so eine abgepackte, hey, ich halte drei Jahre lang Dose zu packen. Bei Zimmertemperatur und das dann in der Mikrowelle nur so ein bisschen warm macht. Alter, war das furchtbar. Ja. Oh, daran war alles schlimm. Ja, und mit diesen außerordentlich enttäuschenden Eindrücken verabschieden wir uns. Wir sind ganz und gar nicht enttäuscht, sondern bedanken uns sogar nochmal bei unserem fantastischen Spenser der heutigen Folge. Sämtliche Infos dazu in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Und bis dahin ein abschließendes, außerordentlich weihnachtliches Wort von Paul. Leid alle glücklich, nutzt die besinnliche Zeit. Allein. Allein. Es ist so hart. Es ist Corona. Es ist Kacke. Es kann nur besser werden. Wo du das gerade sagst, ich habe mich ja tot und scheppelig gelacht, als die Konferenz war, als sie den neuen Lockdown verkündet haben. Und dann in der dritten Instanz redete, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Söder war oder irgendeiner redete. Und nach dem ganzen Kram, den sie gesagt haben, ja Weihnachten könnte im Grunde in die Tonne kloppen, wollte er das Gesagte nochmal so freigesprochen zusammenfassen. Sagt er so, ja man soll sich ja dann Weihnachten auf das zurückbesinnen, nämlich das schön gemütlich gemeinsam mit der Familie feiern. Und fiel ihm das selber auf, dass das jetzt gar keinen Sinn ergibt, was er sagt. Und es war so eine unangenehme Situation für ihn wahrscheinlich. Ich habe sehr gelacht. Das ist so schade. Aber habt ihr mitgekriegt, hier dieser AfD-Abgeordnete, Seitz heißt der, glaube ich, der so seit Maskenpflicht im Bundestag ist, der so eine gelöcherte Maske trägt. Ne. Wo er sich richtig drüber beschwert worden ist und er hat dann auch eine richtige Maske bekommen. Ja, hat jetzt aber Corona. Eigentlich soll man dabei ja nicht schadenfroh sein, aber an der Stelle bin ich es. Tut mir leid. Ich verstehe das. Nun. Tschüss. Ciao.